Ich bin Laura und Lera Beck, Konditor EFZ beim Fluri. Ich zeige dir heute, was wir alles machen. Wir stellen aus Rohmaterialien feine Produkte her. Ich finde es super, dass wir die regionalen Geschäfte unterstützen. Und mir gefällt am Beruf besonders, dass wir aus Venni-Produkten feine Sachen herstellen können. In unserem Team werden wir unterstützt und haben viel Spass zusammen. Ich bin Jessica und Lera Detailhandelsfachfrau EFZ. Jetzt habt ihr gesehen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und ich zeige euch noch, wie es zur Front aussieht. Wir packen die feinen Produkte ein und im Laden schön ein. Wir haben regionale Produkte und stellen fast alles selber her. Wir haben viel Kundenkontakt und einen abwechslungsreichen Alltag. Ansonsten aus der Kulissen Direkte für eine Kulissen Direkte für einen Weg, wo es der Kulissen sie urteilt hat. Wir sind hier, wenn wir uns zu vertreten. Wir müssen uns nicht öffnen, Und wir müssen uns sehen, dass wir uns die Kulissen und die Kulissen noch einstellen. Und wir werden uns nicht so hin. Und wir werden uns kennen.